hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren tutorial zu dem rbg mega mz heute möchte ich euch zeigen wie man das mit dem kammer macht und zwar moment wir haben jetzt für das kammer böse weil wir den gerade gehauen haben da haben wir den zauber dunkelheit wenn man ihn jetzt streicheln bekommen wir den punkt schwert kämpfer und haben somit neue fähigkeiten wieder und wenn man ihn noch mal streichelt hat man die fähigkeit gut und hat heilen zum beispiel wie das funktioniert wie ich das gemacht habe möchte ich euch jetzt zeigen aber vorher möchte ich euch einladen auf meinen discord server dort ist eine wachsende community die rund um rbg mega und alles spricht und sich gegenseitig hilfestellungen gibt außerdem möchte ich euch ganz gerne bei meinen streams mit einladen dort spiele ich jeden tag von montag bis freitag von 16 bis 19 uhr da kann es nämlich auch schon mal passieren dass ich hier den rbg mega mit rein knalle aber nun gut mit der eigenwerbung wie habe ich das gemacht als erstes erstelle ich mir erst mal jemanden nehme ich jetzt mal den von vorhin und mache hier quasi eine auswahlmöglichkeit reicheln und das könnt ihr natürlich individuell irgendwie einbauen wichtig ist nur dass hier quasi das als zum beispiel wenn man was cloud klauen oder stehen lassen könnte man hier in die abfrage auch mit rein machen oder im falle von vampire storm ausnuckeln oder nett behandeln oder sowas ist egal hauptsache ihr habt irgendein event was etwas auslöst so in meinem fall ist es den kunden den man streicheln oder hauen kann doch wie mache ich das und zwar wir gehen noch mal hier das event rein zu dem kunden wenn man ihn streichelt möchte ich dass eine variable nach oben geht ich erstelle mir also quasi eine variable das nennen wir dann mal karma das übernehmen wir diese variable soll um 50 erhöht werden man kann auch sagen okay ich möchte jetzt nicht in 50er schritten ich möchte jetzt in 10er schritten nach oben gehen oder ist egal man kann auch sagen okay wenn man jetzt zum beispiel etwas cloud aus irgendeinem haus ist es vielleicht fünf kammer punkte die ein ins miese gehen oder wenn man irgendetwas besonderes macht das halt dann individuell nach oben geht mit den kammer punkten kommt darauf an was man macht das kann man ebenso gut einbauen aber in dem fall möchte ich dass es quasi um zehn kammer punkte nach oben geht und um zehn kammer punkte nach unten also diese variable quasi genau das macht man einfach hier subtrahieren oder hinzufügen 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 ist wenn man ins plus geht subtrahieren natürlich ins minus so das habe ich soweit fertig ich habe jetzt mal auf die special also auf die animationen und sowas verzichtet es ist ja auch einfach nur zum zeigen wie es geht als nächstes brauchen wir ein ereignis was parallel geschaltet ist hierbei könnte man dann zum beispiel sagen okay dass die kammer punkte die fangen jetzt schon mal bei ich weiß nicht wie viel machen wollen 150 an dann stellen wir das auf der allerersten map die man betritt stellt man das ein 150 man kann es auch sagen okay es sind jetzt 500 da hat man halt etwas höheres äquivalent als wenn man 150 nimmt das heißt 500 ist eigentlich ziemlich ziemlich okay wirst du was das machen wir dann auch gleich mal hier 500 so dann schalten wir eine selbst schalter a und machen eine neue ereignisseite das findet man hier oben und macht hier selbst schalter a ein genau das parallel 100 auf 500 und selbst schalter a ein somit hat man nicht auf einschlag dann 1000 1500 oder gar mehr an punkten wobei das dürfte eigentlich nicht passieren das dürfte nur passieren wenn man hier hinzufügen klickt aber das macht man nicht das reicht eigentlich so fertig mehr braucht man nicht dadurch dass das kammer system ja stets abgefragt werden soll bzw ob man böse ist oder gut ist oder was weiß ich würde ich würde ich jetzt in die gewöhnlichen in die datenbank reingehen in die gewöhnlichen ereignisse und würde ich hier kammer kammer eingeben das soll parallel geschaltet werden mit dem schalter den wir uns jetzt erstellen kammer so das können wir jetzt hier in das event was wir auf der allerersten map schalten ebenfalls mit reinhämmern kammer also wie gesagt das findet man auf der ersten seite schalter steuerung und das kammer einfach an schalten fertig wenn wir das gemacht haben dann beginnt der ganze zauber und das kammer wir haben die variable 500 gewählt jetzt können wir sagen dass wir mit einem einer bedingten verzweigung die variable kammer gleich oder höher als nehmen wir mal 450 haben und aber es soll wir gehen wieder in die bedingte verzweigung natürlich rein die variable kammer auswählen es soll aber nicht höher als 550 sein also quasi haben wir jetzt eingestellt 450 also gleich die 450 und oder höher aber nicht höher als die 550 weil hier ist ja ein kleinheitszeichen das heißt alles was dann kleiner als die 550 oder gleich ist soll ebenfalls das hier passieren hiermit fragen wir eigentlich nur ab ist es höher als 450 wenn ja soll nochmal abgefragt werden ist es kleiner als 550 dann brauchen wir das übernehmen erstmal dann soll hier quasi ähm die klasse geändert werden von read man könnte dann auch sagen okay alle sollen jetzt die klasse anders bekommen dann müsste man das hier eigentlich einfach dann rein einfügen ähm soll die klasse ähm soll die klasse schwertkämpfer haben so das heißt ist die variable jetzt so in dem zwischenbereich wird read ein schwertkämpfer jetzt brauchen wir aber noch ein paar andere äh klassen das heißt wir tun uns mal hier noch 2 hinzufügen auf maximum ändern und 2 erhöhen das nennen wir jetzt einfach mal gut und das andere böse in dem guten möchten wir einen heilzauber drin haben das heißt ich nehme jetzt mal ab level 1 heilen rein und ab böse soll es ab level 1 zum beispiel ähm dunkelheit sein so somit haben wir jetzt schon mal gesagt ab welchem level quasi das alles gemacht werden soll hier machen wir das nochmal raus weil der starke angriff das ist das einzige was er machen soll auf level 1 so wir gehen wieder in die gewöhnlichen ereignisse rein wir haben ja alles was höher als 450 ist darunter machen wir ein weiteres ereignis mit einer bedingten verzweigung variable wieder das karma auswählen wir haben hier 450 ausgewählt also alles was moment jetzt muss ich nochmal kurz gucken ach nee wartet wir müssen alles was höher als 550 ist gleich oder höher als 550 das heißt hier müsste man dann eingeben alles was also wenn das karma gleich und oder höher als 551 ist dann soll read die klasse finden wir auch wieder quasi auf der ersten ebene ziemlich weit unten auf der rechten seite dann soll allerdings read den äh die klasse gut haben exp speichern natürlich mit rein nehmen das haben wir hier drüben auch also speichert er die erfahrungspunkte und fängt nicht bei null an und wir haben ja noch alles was niedriger als 450 ist das heißt wir nehmen uns nochmal das alles hier und kopieren uns das hier unten raus kopieren geht mit strg und c und einfügen mit strg und v jetzt müssen wir das hier noch bearbeiten entweder klicken wir mit rechter maustaste drauf und klicken auf bearbeiten oder wir drücken einfach leertaste der kommt dann auch gleich hier hin so karma soll jetzt gleich und oder niedriger sein als die 450 das heißt die 400 alt 400 49 hört sich genau wie also kleiner als 449 und oder gleich soll read also der held den status böse bekommen so somit haben wir schon einmal die klassen einfach geändert aber ich möchte jetzt unter anderem auch noch einstellen dass zum beispiel der read andere attacken hat wie man es ja schon hier bei den klassen eingestellt hat weil jetzt hätte man das problem wenn man das so lässt wenn man hier mal auf klasse geht hat er dann einen starken angriff wäre bei heilen wenn man das durchbricht hätte man quasi heilen und bei böse hätte man dann dunkelheit das heißt man hätte dann alle drei sachen das zu umgehen ist wenn wir wieder auf das gewöhnliche ereignis gehen ganz einfach also um das quasi von karma gut auf böse zu machen müssen wir jeweils immer diesen schritt hier durchbrechen das heißt wenn wir von gut auf normal kommen das heißt ein ganz normaler schwertkämpfer nicht ein guter schwertkämpfer oder auch nicht ein böser schwertkämpfer man könnte auch paladin nehmen oder einfach mal sagen okay man wird irgendwie zum engel was weiß ich das hat zum beispiel fable ganz gut mitgemacht und wenn man quasi jetzt sagt okay ich möchte jetzt allerdings nur bestimmte attacken haben wenn man jetzt hier wieder zum schwertkämpfer wird von guten zum schwertkämpfer muss man hier auf der ersten kategorie rechts ist auch eigentlich relativ weit unten skill ändern von gut auf normal verliert man quasi also read verliert dadurch der aber rat die operation auf vergessen klicken verliert dadurch quasi das heilen als nächstes müsste man dann den skill von read böse ebenfalls nehmen das heißt wieder skill ändern read vergessen und schatten war es glaube eine dunkelheit soll er ebenfalls vergessen hat man jetzt zum beispiel das problem dass man als schwertkämpfer trotzdem heilen soll irgendwann einfach mal heilen soll dann empfiehlt es sich hier bei skills zum beispiel hier das heilen nochmal hier rein zu kopieren und das hier zum beispiel vergessen lassen quasi dann hätte man zweimal das heilen drinnen so allerdings der schwertkämpfer hat ja wenn wir hier reingucken starker angriff das soll jetzt zum beispiel der read wenn er gut ist nicht mehr können das heißt wir machen genau dasselbe das war die 172 das kopieren wir uns weil als böser soll er das auch nicht können da soll er was ganz anderes können das müssen wir allerdings mit jedem skill machen den man erlernt jeweils bei den verschiedenen klassen somit könnt ihr es eigentlich ausmerzen dass er jetzt zum beispiel noch sachen von von wo er gut war als schwertkämpfer kann oder als böser kann also quasi alles was an skills erlernbar ist einfach hier vergessen lassen den rest den macht er dann von ganz alleine wenn ihr jetzt die klasse ändert er lernt er automatisch heilen die quatsch wenn man gut wird lernt er automatisch heilen wieder und wenn man die klasse böse hat lernt er automatisch dunkelheit wieder und natürlich dasselbe mit dem schwertkämpfer einen starken angriff so das wäre es dann eigentlich schon gewesen mit den karma punkten ein kleiner fun fact nebenbei man könnte unter anderem wenn man ein gespräch hat das machen wir jetzt mal hier und das porträt ändern will könnte man zum beispiel etwas machen wo er dann lacht zum beispiel ihn hier könnte man dann sagen okay das ist das normale wenn er dann böse wird dann könnte er so aussehen zum beispiel und wenn er gut wird ist auch so natürlich kann man das dann auch noch ein bisschen anders machen man könnte ihn noch blasser machen oder man könnte ihn auch noch ein bisschen strahlender machen etwas funkelnder oder 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 außerdem mit der variablen abfrage beziehungsweise mit der variablen karma könnte man auch einstellen dass man wenn man jetzt zum beispiel wir nehmen halt die variable die bedingte verzweigung variable was hat man jetzt bei böse bei gut 500 51 war es glaube alles was dann größer als 551 ist soll quasi dann ein text ausgeben mit dem da alles was darunter ist soll auch noch einmal einen text ausgeben sollte nichts von beiden dann quasi fungieren kommt ein ganz normaler text also man könnte dann auch mit texten arbeiten man könnte auch mit es so einstellen dass der protagonist einfach mal eine komplett andere rüstung dann an hat oder halt auch ein bisschen anders aussieht da sind eure sachen dann quasi gefragt eure interpretation wie man das hier weiterführen kann eure ideen ich hoffe euch hat das tutorials jetzt weitergebracht und ich wünsche euch natürlich auch viel spaß beim nachbauen ansonsten sollten diesbezüglich noch weitere fragen auftauchen lasst es mich in den kommentaren wissen außerdem schaut auch mal bei mir in die infobox rein dort könnt ihr alles ersehen wie zum beispiel mein discord server mein twitch account dann sogar mein eigenes spiel wo ich bald sogar auch noch ein update dazu mache aber ich hoffe dass es euch wirklich gefallen hat ich bin erstmal raus und sage tschüss bis dann an also wir halt ein mal ein mal mal